Zurück bei die Mumie Demastered. Gibt's hier Energie? So, wir sollen also gemäß unserer letzten Einsatzbefehle hier nach oben zum nächsten Wegpunkt und dort wartet unser Chef auf uns. Dann wollen wir da mal hin, aber ich komm nicht hoch. Das heißt also, ich muss hier runter. Was zum... Toll. Die Brücke sind auch schon auseinander. Schön. Okay, gut. Joa, machen wir. Genau, das wollte ich haben. Joa. Joa. Ja. Joa, hoch da. Hoch. Joa. Blöder Fisch. Ernsthaft? Wo bist du denn jetzt runtergefallen? Achso, da. Ich will hier hoch und will aber auch die Energie haben. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Ah, das bricht zusammen. So. So. Wow. Danke. Hier rein. Oh. Umgebungskarte gefunden. Wie jetzt sehr viele Speicherzimmer, aber gar keine Munition oder irgendwas. Das ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen. Muss ich jetzt da links lang, rechts lang? Ja gut, da komm ich eh nicht rüber. Wundert mich, dass ich keine neue Fähigkeit bekomme. Ah. Blöder Hund. Oder ne, die sehen nicht aus wie Schakali, die sehen aus wie Doper-Männer. Ich glaube, das sind auch dann Doper-Männer, ne? So, tschüss mit dir. Äh. Ui. Weg, tschüss. Hier, speichern wir schnell. Speichere. Ja, hier, ein bisschen Müll entsorgen, ne? Und noch Munition bekommen. Das ist gut so. Bäh. 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 Hisch. Okay. Viel war es jetzt nicht. Geil, hier komm ich nicht lang. Bin ich noch besser? Da komm ich auch nicht lang. Na, weg mit dir. Also, hier komm ich überall schon mal nicht lang. Finde ich schon mal wunderbar. So fängt eine gute Beziehung mit deinem Spiel an. Aber Energie gibt es. So. Oh, warte mal. Das könnte funktionieren. Komm her, du blödes Ding. Da, 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 da. Könnte hinauen. Nein, es haut nicht hin. Ach, Mann. Da komm ich nicht runter. Da komm ich nicht hoch. Doch, ich komm da hoch. Ja, geil. Und wie komm ich da jetzt hoch? Hm. Also, doch runter. Jetzt stehe ich hier vor einem riesengroßen Rätsel. Ich glaub mir nicht doch, dass ich da links lang muss. Boah. Na, komm. Fisch hier weg. Fisch hier weg. Und weg hier. Also, gehen wir jetzt nochmal nach oben. Nein. Nein. Ich habe keine Lust auf euch. Wie soll ich denn das machen? Ich komme da doch gar nicht hoch. Hä. Da geht's noch links lang, ne? So, da und. Ach, blödes Vieh. Ich muss jetzt echt mal gucken. Ja, ich laufe mal hier weiter. Ich habe keine Lust auf euch. Ähm. Stopp. Ja, da geht's runter, aber ich... Ja, ist klar. Hier geht es noch links lang. Ernsthaft? Wir haben hier doch einen auf... ...Metroid gemacht. Da komme ich runter. Ja. Weg mit dir. Okay, das bringt nichts. Hm. Wie soll ich das jetzt machen? Hä? Steht ja auch manchmal vor so einem Rätsel. Oh, verdammt. Keine Munition mehr. Okay. Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Danke für die... ...Energie. ...die ich auch schon so gleichgepunt wieder verloren habe. Boah. Ich will die Energie haben. Nein. Boah. Fisch. Piranha. Wie auch immer. Ja, Energie ist ja nicht schlecht. Aber... ...Ihr hätte doch lieber was anderes gerne. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich habe ja keine neue Fähigkeit gelernt. Kein gar nichts. Jetzt reicht's aber. So, weg mit dir. Ja. Ja. Weg. Okay. So. Und hier. Und hier. Okay, wenn ich da oben jetzt langgehe, dann komme ich wieder da hin. Da kann ich aber aktuell nichts machen. Ich habe das Problem, dass da überall Wasser ist. Da komme ich da runter, da komme ich da runter. Hm. Am Anfang könnte ich vielleicht noch was finden. Ganz da oben kann ich auch noch vielleicht was finden. Alles schön und gut, aber ich muss da rechts irgendwo lang. Da komme ich nicht weiter. Oh, 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 oh. Energie, Energie, Energie. Gehe nehme ich doch immer gerne mit. Drecksding. Jetzt machen wir wieder ein paar Baubaus. Und dann machen wir es so. So, danke. Monikation nehme ich immer wieder gerne. Okay, hier kann man so gut seine Energie aufbauen. Hihi. Komm her. Bam. Oh. Noch einer. Und jetzt haben wir die Baubaus, ne? Oh, nee. Ja, wir haben die Baubaus, aber ich sollte die richtige Waffe nehmen. Ja, komm. Danke. Das war wohl. So, hier komme ich nicht hoch. Nee, da komme ich nicht hoch. Wie soll ich denn das machen? Hm. Nö, geht nicht. Ich kann auch nichts mehr riskieren, weil ich ansonsten tot bin. Also, wir müssen jetzt hier ganz vorsichtig runter. So, warten wir. Ich weiß nämlich nicht, was unter mir ist. Da oben kommt noch einer runter. Ich würde 100%ig gleich auf mich rauffallen. Und weg mit dir. Aber was soll ich machen? Okay, machen wir es so. Nein. Den nehmen wir. Oh, oh. Oh, hoch da. Ja. Hm. Oh, die Energie nehme ich immer wieder gerne. Den nehmen wir auch. Ja. Den nehmen wir auch. Den auch. Aber da komme ich jetzt nicht hoch. Wie soll ich das machen? Ich muss höher springen können. Und ich kann mich nicht nach oben pushen. Jetzt kann ich da rein. Blöder Hund. Nope. Geht nicht. Na. Böses Vorbau. Hier komme ich nicht rein. So cool es auch aussehen mag, der Hintergrund, aber der verwirrt. Ja, komm. Und weg mit dir. Er wollte mich gerade erwischen. Wie komme ich denn da rauf? Ich komme da nicht. Raha. Na. Ja, genau. Nee, geht nicht. It's don't working. Ich habe schon die schlimmste Befürchtung ever. Ich muss genau da unten lang. Da. Nein, 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 nein. Na, komm. Boah. Ach, da käme ich auch dann lang. Okay, schön. Nee, da will ich nochmal hoch. Ich wusste doch, dass da irgendwas ist. Ach geil, jetzt geht es hier runter. Und wie wollen wir wetten, dass hier dann irgendwo wieder irgend so ein blöder, blöder Prost ist? Schön für die Energie, danke. Rechts runter, links runter. Wir gehen rechts runter. Da bekommen wir Energie. Ich darf ja jetzt wohl Angst haben, oder? Meine höhe ist eine Sackgasse. Ah, nee. Agenten-Sprunghöhe erhöht. Dann würde ich sagen, wie hoch wir springen können, seht ihr hier, wie weit uns das bringt, das erfahrt ihr im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschü, tschü. Tschü, tschü. Tschü, tschü.